hey verrückten biester first of all big thanks to the pixel beast hyperion hydra for his amazing ships and that we can use them in our projects so jetzt nochmal auf deutsch dass es alle verstehen danke an unser pixel beast hyperion hydra dass er uns immer so tolle schiffe baut und ich habe überlegt ich schneide einfach mal ein kleines video in dem ich euch die schiffe vorstelle zusammen viel spaß beim zugucken bis zum nächsten Mal so da bin ich nochmal schön dass ihr das video bis jetzt geguckt habt haben euch die schiffe gefallen und wenn ihr eine idee habt wie wir die vielleicht in unsere maps einbinden können beziehungsweise in was für maps wir die einbinden können schreibt uns das unbedingt mal in die kommentare weil wir sind dann noch am überlegen wofür wir die verwenden ansonsten haut rein bis zum nächsten mal und cheerio bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018